Meine lieben Überlebenden da draußen, da sind wir wieder zurück, hier mit Walking Dead Season 2 und wir sind draußen mit Kenny und wollen den Truck reparieren und ich bin sehr gespannt, wir versuchen mal den Schlüssel zu drehen. Kein Saft. Wir sind so nah, Clem. Mit ein wenig Glück, kann ich dieses Ding laufen. Und dann können wir raus auf den Weg und wirklich ein bisschen Distanz machen. Ja. Wellington's gotta be out there. All those rumors can't all be bunk. Ich meine, hell, there's gotta be something out here, other than Snow und goddamn Euro-Trash. Sounds good to me. Okay, nochmal starten, alles klar. Wir bringen ihn zum Laufen. We're running out of time. I gotta get this thing to start. Gonna try warming up the battery. Go on inside. I don't like leaving him with that girl. Okay. Dann gehen wir rein. Beziehungsweise, warte mal. Wir gucken uns erstmal um hier draußen, ne? Da ist ein Generator. Bagger. Mal sehen, was sie dazu sagt. Ja, da kamen die nicht mehr zu, das Gebäude hier fertig zu stellen, ne? Aber guck mal hier, Generator. Verwenden. Kaputt? Glaub ich nicht. Bestimmt muss da nur Benzin rein. Ah, gut. Was sagt Bonnie? Wollt du einen? Was? Nein. Nein, danke. Vielen Dank. Do you remember when you saw me first back at the lodge? I felt real bad you believed me. You ever done something you regret? Even if it's something you knew you had to do. Ich wünschte, ich hätte nichts von Arvo genommen. Ich wünschte, ich hätte nichts von Arvo genommen. Ich wüsste, er hat uns auch. Du weißt, ich werde eine Sache über Luke sagen. Nichts, wo du endest, gibt es immer eine schlechte Seine im Boot. Aber ich glaube nicht, er hätte niemals diesen Mann sein können. Oh, was kommt jetzt? Äh, ich glaube, die Leute respektieren mich, ja. Ich glaube, die Leute respektieren mich. Really? Ich glaube so. Well, gut für dich, Honey. You know, I've been all over, run with a lot of people, a lot of men, and listen to a lot of promises. Ain't one of them come true. I'm starting to think there might be another way, you know? Okay. Danke für diese Info. Dann catch mal deine Zitrone aus. Ich gehe jetzt erstmal rein. So. Ach, guck mal, Jane. Äh, alles wird gut. Na. Ich weiß, Kenny ist ein schöner Mann, Clem. Ich wüsste, Carver war ein schöner Mann, auch. Mal. Probierlich hatte er einen schönen Job, eine schöne, schöne Frau. Dann hat das alles passiert. Und einen Tag kam ein paar Kinder in die Gesichter und wusste, dass er am Nachts schlafen könnte. Kenny ist nicht Carver, definitiv. Kenny ist nicht Carver. Er hat einfach einen Fehler gemacht. All I'm saying is, start thinking about what happens if you're wrong. You two have known each other a long time. Sooner or later, you're gonna have to decide how much that's worth. Okay, dann wollen wir doch mal gucken. Oder auch nicht. Äh... Willst du es probieren? No way. It's gonna puke. Clem, no. Hahaha. Hold it like this. Hey. Hi. My name's Jane. I think it's gonna puke. It's not gonna puke. It puked. It puked. Hahaha. Gross. Hahaha. There's not much left. I was running with some people a long time ago, down near DC. Some guy got trapped in the middle of a crosswalk. Can't remember his name. He used to call me Mary Jane. He was a douchebag. Anyway, the dick got stuck under a car, hiding from a dozen walkers. One after another, they went down there trying to save him. Lost four people before we got him out. Oha. Das ist heftig. Alle für die eine Person. All that for one person? That's what I'm saying. Didn't find out till later he was already bit. Turn and rip the neck right out of this old lady. The look on her face was... She was just staring up at the sky. Like she was watching a bird. Look, Clem. Uh. Mega. How did it work? Haha. Kenny, unser Chefmechaniker. Klasse. It works. What did I tell you? Haha. Das hat Kenny gebraucht, diesen Erfolgsmoment. Äh. Ja. I'm all for that. I agree. We should head back south. What? We're kind of freeze to death. I don't know whose stupid idea it was to march up here in the first place, but it was a bad one. She's right. What if we went back to house? Wait, what? Fuck that. I was thinking more like Texas. Texas? The fuck? It was just an idea. We already talked about this. I'm sorry. We did it. We're going to find Wellington. Right, Clem? Hmm. Kenny. It's freezing here, man. Yeah, Wellington. It's only going to get worse. I'm with Kenny. We should head north. God damn right. Clem. My friend, Krista. She told me about Wellington a long time ago, Jane. It's out there. Die muss da auch irgendwo sein. Look, I don't give two shits about what you people think. I got this truck working, so I say where we go. And we're heading fucking north. It's the best chance we got of helping AJ. What about Arbo? Who? Oh, the Rusky? Yeah, he ain't coming with us. You're just going to leave him here? I don't give a good goddamn where he goes. He's done. He could die. We have to bring him with us. He knows the area. He can help us. Oh, yeah, some help he's been. He got Luke killed. I'm going to say he helped the situation. But maybe if you'd eased up on him before, he wouldn't have run away in the first place. You ever think about that, Kenny? Either way, I'm not going anywhere in the middle of the night. Yeah, me neither. There could be a herd out there. You want that child's blood on your hands, Mike? We're all going to die out here if you don't calm the fuck down, Kenny. Haven't we been through enough for one day? Jesus fucking Christ. Remember the last time we had a working car and sat around on our asses, Clem? I'm going inside. Oh, jetzt geht das wieder los. God damn it! Kenny, don't listen to them! Oh, er guckt sich sein Auge an, ne? Get the fuck out of here! It's me! Clem! Sorry, just... Give me a second. Close the door. Can you believe this, Clem? I bring them a working truck and they act like I just shit in their cereal. I knew Jane would have a stick up her ass, but I thought at least Mike would have more sense. Ja, sie haben Angst vor dir. It turned out to be a real disappointment. They're scared of you, Kenny. Well, their big plan is to wander around in the woods. They ought to be scared of more than me. Did you hear me? We're all scared. Look, we got maybe a day's worth of food for that kid left. That's it. Clem, think about Rebecca and Alvin. I mean, what if Lee hadn't gone tearing across half of Georgia looking for you? A lot of folks died to make that happen. A lot of folks died to get us this far. I know, you're right. Someone's got to keep this group together. That kid's depending on us. Ja, that's right. I wish Lee was here. What do you think he'd say? I should have the group together. I think he'd tell me, to try to keep the group together. And to keep my hair short. We can't just give up on this kid. I mean, what's the point of going on after that? That's what people like Lee knew. And what people like Jane won't ever understand. Look, I know Wellington might be bullshit. But where there's smoke, there's fire. Krista heard about it too, right? Yeah. You know, when I first saw you back at that lodge, I thought I was dreaming. And when you sat down next to me and we shared that meal, well, I could tell that you were different now. Grown up. Wir schaffen es nicht allein. Yeah, but we can't do it alone. We need the others. And that's why I gotta be able to count on you, Clem. We gotta convince him. You and me. Look, we'll figure everything out in the morning. Come on, let's get some sleep. We gotta be ready. Hm, okay. Gut. Alles klar. Wer klopft da? Die wollen doch wohl nicht abhauen. Don't move. Easy. Easy now. Step back. Clem. Shit. What are you doing? I got the rest of it. Clem. Das ist nicht nett. Aber nicht mit dem Truck. Now keep it down, alright? Nobody else has to get involved. That's everything we have. Listen. We just got away from that guy, Clem. Okay? Who? Who? Damn it. Just... We don't have time for this. Just... Just be quiet, Clem. Please. All right, Clem. Now I'm going to walk up to you nice and slow, and you're going to give me the gun, okay? Kenny! Jane! Help! They're robbing us! Boah! Boah! Oh! Oh! Clem! Clem! We have to go! Don't touch me! I'm... I'm so sorry. I... I didn't mean for this to happen. Boah! Clem. What the fuck did you do? Clem. What did you see? Boah, jetzt dreht Kenny durch. Krass. Hohoho. Ach, guck mal. Unser Lee. Es ist nur ein schlechter Traum, süßes P. Er wird sterben. Ja, ich weiß es. Du wirst nicht wissen, was du? Ich fühle mich schlecht. Warum? Ich habe ihn ein Lachen, Baby, als ich den Bogen in seinem Pillow schluchte. Oh, das ist okay, honey. Du hast es nicht gesagt. Lee? Hm? Warum hat Lilly das mit Doug gemacht? Ich weiß nicht. Sie war schade, Clint. Ich kann Menschen manchmal wütend machen. Warst du auch schon mal so wütend? Natürlich. Einmal. Das wissen wir ja bereits. Das wissen wir ja bereits. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es war nicht einfach. Ich weiß nicht, ob wir die richtige Sache getan haben. Wie kannst du es sagen? Es ist nicht wie die Mathe, Claire. Manchmal ist es einfach nicht die richtige Antwort. Ja. Ich liebe Mathe. Mathe ist doof. Das ist ja auch schon mal so. Aber ein Teil des Kindes ist zu tun, was das beste ist für die Menschen, die du interessiert hast. Auch wenn es manchmal... Das bedeutet, jemanden zu schmerzen. Ich will nicht, jemanden zu schmerzen. Es ist nicht so einfach. Ich bin schade, Lee. Dass alles in Ordnung sein wird. Ich hoffe, es wird okay sein. Es wird. Es wird besser werden, Clint. Du wirst es besser werden. Alles wird alles gut sein. Ach, Mann. Okay, Lee. Ja, wie lange das schon wieder her ist, ne? Diese Szene. Und wie sie da noch aussieht. So jung. So. Oh. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Ich habe mir, ich erwartet, dass sie arbeiten können. Aber Mike? Ich konnte sagen, dass sie irgendwo arbeiten. Ich wusste nicht, dass sie so weit kommen würden. Ich weiß nicht, dass sie das weit kommen würden. Ja, aber wer würde uns die Essen und schlagen? Wer hätte es nicht mit dem Schmerzen? Sie sollten sie nicht mit den Schmerzen in den Schmerzen, wie man das in der ersten Platz. Ist es Bonny okay? Ist sie gut? Sie haben sie auf dem Schmerzen? Ich habe nicht das Puppe, dankst du zu dir. Jetzt, Clem ist awake, wir müssen über wo wir gehen. Wir gehen nach links. Was, um zu finden Wellington? Du hast bestimmt viel gesprochen, aber du hast einen besseren Plan? Wir gehen nach links, zurück nach Haus. Carver's Camp? Was für ein Plan ist das? Ich glaube, Bonnie sagte, dass es mehr Formulat da ist. Und wir wissen, wo es ist. Ich weiß nicht, wo wir gehen. Nur bitte, stopp' zu schreien. Sie ist diejenige, die aufzunehmen. Weil du nicht zuhörst, was ich zu sagen. Was ist das? Du sprachst in meine Schmerz, sweetheart. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ich kann dich noch nicht hören. Schau, wenn es da ein paar Mal gibt, könnte uns ein paar Wochen nach finden. Wir können nach Haus in einem Tag zurückkommen. Ich weiß dir was, wir können sich das, wenn du diese Schmerz aus dem Schmerz aus dem Schmerz aus. Wie ist das? Was, ich verabschiede. Geh deine Füße aus dem Schmerz. Wir spielen ein Spiel, Clem. Oh, das endet wieder böse. Ich glaube, ich weiß, was gleich passiert. Guck auf die Straße, Kenny. Niemand, sondern dir selbst. Das macht dich nicht mehr. Was ist das mit dir? Das ist deine Familie, oder? Nicht. Das ist, oder? Ich bemerke mich, du kleine Scheiße. Du bist nur ein Typ A-Berbein, der versucht, ein paar Menschen zu retten. Guck auf die Straße. Ich bin, Gott sei Dank. Du hörst mich an. Du hörst mich an meine Familie, und ich werde dir enden. Jesus Christus, ich bin so krank von diesem Wunderede-Warior-Krapp. Ich kann das nicht weg. Was? Du gehst wieder weg? Was ein Schocker. Oh. 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 Oh-oh. Oh. Oh-oh. Oh-oh. Oh. Oh. Okay. Aber er hat recht, Benzinen ist eigentlich eine gute Idee. Hör auf, ihn wütend zu machen. Ach, Jane. Oh. Shit. Fahrstunde. Wo ist Kenny? Boah. Äh, ja. Gleich. Ich komm doch schon. Oh. Jane, warte. Hacke. Lass mich los. Jane. Hinter uns ist noch jemand. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh. Ich seh nix. Okay. War wohl ein Streuner. Ui, 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 ui. Da wird mir nur vom Zugucken schon kalt. Da ist noch einer. Oder? Okay, wir gehen mal weiter. Au. Mist. Voll der Schneesturm. Man sieht ja fast gar nichts. Die Frage ist, muss ich die erschießen? Oder kann ich dann vorbeilaufen? Munition sparen quasi. Jo, können wir vorbeilaufen, ne? Oder? Oh. Was ist das? Ein Haus? Irgendwas ist hier. Eintreten. Rastplatz. Bisschen noch mehr. Nee. Gut, dann gehen wir da rein. Besser als draußen auf jeden Fall, oder? Okay, geht sogar auf die Tür. Jane? Jane? Du bist okay? Ja. Wo ist er? Wo ist der Kind? Er ist mit ihr. Du hast ihn mit ihr? Jane? Jane! Da ist sie doch. Jane, du bist okay? Wo ist der Kind? Jane, wo ist er? Unter der Jacke. Oder? Oh mein Gott. Er ist... Er ist... Was hast du gesagt? Nein. Nein! Nein. Nicht wieder. Nicht wieder. Clem, schau' mich. Oh, die geht mir auch auf den Sack so langsam, ne? Die verarscht Kenny. Die hat ihn irgendwo versteckt, hundertprozentig. Die verarscht mir, du scheinbarer. Kenny! Get the... Fuck you! Fuck you! Stop! Please! Let me... Chain! Oh, das gibt's doch nicht! Oh, das gibt's doch nicht! Please! No! I'll fucking kill you! Not fucking kill, huh? Stop! It's over! Listen to me! Get her off! Oh, Jane ey. Was machst du denn? Oh, oh... ... ... ... ... Oh, oh... ... ... ... Oh man. Ich kann Kenny ihn nicht erschießen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Was ist passiert? Tja. Oh. Los Kenny, komm. Babygeschrei. Ja. Da ist er. Oh mein Gott, AJ. Oh mein Gott. Are you okay? He's alive. AJ. Let me see him. I thought, I thought we lost you, buddy. I won't let you out of my sights again. I can't believe he's alive. It's a miracle. I thought he was gone for good. I thought she'd taken him from us. I just... Why would she... She was nuts, Clem. A disturbed person that had her own agenda. And was looking out for herself. Shh. It's alright, buddy. Ja, sie wollte... Dass... Clem sich gegen Kenny wendet. I thought she'd killed Alvie Clem. And at any point she could have stopped what was happening by saying he was fine. She wanted a fight. Yep. I've never, ever hurt you. You understand? I was protecting you. You believe me, right? Just imagining what she did to Alvie. Everything just went black. I... I believe you. Okay. Thanks. Gute Idee. Okay. Jane hat ihn auch schon während der Fahrt die ganze Zeit da provoziert. Das... Hätte nicht sein müssen. Neun Tage später. Hm. Oh. Oh. Soll ich ihn halten? You want me to hold him? Nah, he's still light. We're fine. Okay. Come on. I'll race you to the top. Ha 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 ha. Hey. Er lacht mal wieder. Das ist doch gut. Come on, Alvie. We got this. Wow. Holy shit. We did it, Clem. That's... That's gotta be it. I... I can't believe we found it. It's about time. Ja, wurde auch Zeit. Oh. Oh. Sir, jawohl, Sir. Drop your weapon. Approach the gate. Just a couple of people at the front gate. They don't look like trouble. Ach. Sounds good. Hi, I'm Edith. Okay, ich dachte gerade, das wäre Bonnie. And this year's Clementine. Hello. Hello. Oh, what a handsome boy. Look at him. What's his name? Alvin. Junior. Oh, he's gonna be a little heartache. Heartbreaker, when he grows up. Ist Christa hier? Is there someone named Christa in there? I don't think so, dear. Oh. So, this is Wellington, right? A lot of people call it that. Okay. So, what do we do to get in? Well, I'm afraid this is the part where I give you the bad news. Oh, nein. What the hell's this? That's some supplies. Food, water, some medicine, a first aid kit. Why are you giving us this? Unfortunately, our community isn't accepting new members. We're overcapacity as it is, and there's just not enough to go around if we keep bringing people in. And that, things might change in a few months. You've got to be fucking kidding me. I'm sorry. I really am. So, we're supposed to just take this to go. But, but, we have a baby. This, this is hard for me too. I don't want to turn anyone away, especially children. But. Just take the kids. What? Please. Just take the kids. It's too dangerous out here for them. Kenny, I... It's just a little girl and a baby boy. You can make room for that. You can take back the supplies you gave us if that helps. Please, just... I need them to be safe. And it's safe in there. I know that. Just ask someone, please. They won't make it out here. Please. Oh. Ohne dich bleiben wir nicht hier. We're not staying here without you. Yes, you are. No, we're not. Yes, you are. It's safe here. You two will be safe. That's what's important now. We can take the children, but... Just the children. I made the case that... Thank you. Thank you. Listen, okay? Listen. This is your chance. For you and this boy. I don't trust myself to keep you too safe. Not anymore. Please. I'm begging you. Please. Stay here. Stay here. We're safe. Where you two will have a chance. No, 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 no. Oh, is this traurig. Why are you doing this? Because it's the only way. For both of you. Think about Alvy here. Please, Clem. Just do what I'm asking. This one last time. You'll meet people. You'll make friends. People better than me. Oh, I'm sorry. Good people. But they don't have to look at you. And feel ashamed of what they're doing. Please, Clem. Please. Oh. You won't have to sleep with a gun next to you every night. You can be a kid for a while. Okay. Okay. Okay, we'll stay. Good. We'll stay. Good. Ja, er hat recht. Er hat recht. Das ist die richtige Entscheidung, ja. Aber ich... Ich mag doch Kenny so gern. Okay? Er hat recht. Er hat recht. Ich habe... Oh, hier. Hier. Geh das. Wenn er... Wenn er alt genug ist, you make him wear it, he'll... he'll keep the sun out of his eyes. That's important. All right. Oh. Keep an eye out for him. Please. Ellen. You take care of Alvin here. You... You live a good life, okay? Don't waste this. Okay? Now, I'm gonna go. I'm gonna go. Before one of us... Before one of us changes their mind. Now, I'm gonna walk away. I might not look back. Not because I don't want to. I'm real glad to have met you, Clementine. Und da geht er. Unser Kenny. Er hat kurz überlegt, sich umzudrehen. or... Oi, 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 oi. So, Freunde. Ich glaube, das war Season 2, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube schon. So, aber erstmal lesen wir die Entscheidung. Selbstlosigkeit. Hast du das Baby beschützt? Du und 58,6% der Spieler haben das Baby beschützt. Ja. Hast du Luke geholfen? Du und 33% der Spieler haben versucht, Luke zu helfen. Wolltest du mit Mike mitgehen? Nein. Du und 80, eindeutig. Du und 80,9% der Spieler wollten nicht mit Mike mitgehen. Ja, kann ich verstehen. Hast du Kenny erschossen? Du und 49,1% der Spieler haben Kenny nicht erschossen. Das ist aber auch. Hätte ich jetzt mit mehr gerechnet? Mit wem bist du am Ende zusammen? Du und 21,4% der Spieler sind mit AJ in der Linken. Was? So wenig nur? Okay, krass. Damit habe ich jetzt nicht geeignet. Okay, Freunde, ich weiß jetzt nicht, ob das die letzte Episode war von der zweiten Season. Sollte es die gewesen sein, werde ich euren Rat annehmen und 400 Tage danach in Angriff nehmen. Also 400 Days. Falls nicht, sehen wir uns in der nächsten Folge dann hier mit Season 2 wieder. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob diese Staffel jetzt fünf Episoden hat oder mehr. Aber ihr seht das dann. So, und jetzt muss ich aber ganz, ganz schnell eben kurz auf Toilette, denn ich habe da was im Auge. Ihr versteht schon. In diesem Sinne macht's gut. Bis zum nächsten Mal und wie immer Tschö mit Ö